einen schönen guten abend aus der schinkenstraße von mallorca wo ist die ja wenn sich ein bisschen auskennt war ist die es an der playa de palma am ballermann oder auch in arenal wir machen spaziergang am abend und schauen mal was hier so los ist hier brennen helle lichter und auf der anderen seite ist alles dunkel und das ist das einheitliche bild an der playa de palma wir werden hier verschiedene straßen besuchen werden einmal zum ende hin noch mal zum bierkönig gehen und ich wünsche ganz viel spaß bei diesem video auf georges kanal schön dass ihr dabei seid am abend kann man ganz gut sehen wo schon hotels geöffnet sind hier ist hell erleuchtet gegenüber vom ballermann 6 vom balneario nummer 6 und auch hinten links sehen wir ein hotel ist hell erleuchtet und da kann man sicher sein da ist zu 100 prozent geöffnet ansonsten sehen wir hier auf der straße direkt an der am strand ist wenig los wenig fußgänger verkehr am tage ist ja schon viel viel mehr los da sitzt man hier in den bars und in den restaurants richtung mehr und ja vergnügt sich hier das durchschnittsalter moment noch ein bisschen höher bevor es dann ungefähr anfang mitte mai losgeht dann kommen die ganzen gruppen reisenden hier an die zwischen drei und fünf tagen hier bleiben und ihren saison abschluss feiern das sind überwiegend sportler die eine harte saison genossen haben auch weniger genossen wie auch immer die ausgelaufen sein mag auf jeden fall wird dann hier saison abschluss gefeiert und ja da will man einfach spaß haben moment ist diese ruhe hier perfekt für diejenigen die einfach genau das suchen nämlich die pure holung auf mallorca denn die playa de palma ist einfach viel zu schön als dass man hier nur halligalli macht auch das hotel hat geöffnet wurde umgebaut alles wieder perfekt hier so 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 down so Höhe Balneario Nummer 5. Und das da hinten, der Lichtschein, den wir da sehen, das ist Palma, die Hauptstadt von Mallorca. Hier die Strandpromenade ist hell erleuchtet. Noch stehen die Pylonen hier, sind noch nicht abgerissen. Die werden irgendwann alle verschwinden und dann wird die ganze Strandpromenade hell erleuchtet, aber ganz anders mit LED-Technik und so weiter. Es dauert noch ein bisschen, bis man sich hier ganz durchgearbeitet hat. Hier sehen wir den Strand, noch steht hier nichts, keine Schirme und keine Liegen. Hier sind wir wieder in Balneario Nummer 6. Wir haben jetzt heute Abend hier zu später Stunde immer noch 13 Grad, aber es ist wirklich, fühlt sich frisch an, weil hier weht eine leichte Brise. Man kann sagen, ungefähr 50 Prozent, sag mal zwischen 35 und 50 Prozent mehr Gäste, die hier einfliegen auf Mallorca in diesen Tagen, bis die Saison dann losgeht. Zu Ostern wird es noch ein paar Wochen dauern. Wir haben noch versucht, außerhalb des Lumpen Dürfers, die ihr im Gelderstattung zu sagen, wie wir sehen, dass die Frau nie in den ersten Karten haben. Wir haben die Beife, die wir in der Stimme gelachen. Wir haben uns das noch ein paar Mal eingeladen. Und die Frau nie im Betten, wir haben sich da wieder auf die Regenstremse gemacht. Wir haben, wenn sie mit uns entspricht, was wir haben, ist besser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir werden jetzt wieder einen kleinen Sprung machen, wieder auf die Parallelstraße in den hinteren Bereich. Da sind wir angekommen. Hier haben doch schon einige Lokale geöffnet. Hier sehen wir das Tabana, das hat im Moment noch geschlossen. Im Moment keine Nightlife-Show, sondern himmlische Ruhe hier. Hier sehen wir das Tabana. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch dieses Hotel hat geöffnet. Und... ... 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